Ich war das nicht, das war der Code. Begrüßt mit einem herzlichen Applaus Katharina Nokun. Technik ist neutral, Code ist objektiv, Maschinen entscheiden gerecht. Das ist alles Bullshit, das werden wir jetzt erfahren, wieso. Ja, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem wunder, wunder, wunderbaren Winterkongress, aber man merkt gar nichts vom Winter, wenn man rausgeht, was aber auch sehr schön ist. Ja, das Thema dieses Vortrags ist ein ganz besonderes, eine Warnung vorab. Hier wird es keine weltbewegenden Neuigkeiten geben. Wer die Techniknachrichten der letzten Jahre verfolgt hat, wird das eine oder andere Beispiel vielleicht schon kennen. Das Anliegen ist aber ein ganz aktuelles, denn je mehr Technik wir in allen möglichen Bereichen unseres Lebens verwenden, desto mehr müssen wir uns auch die Frage stellen, ist das wirklich eine gute Idee, grundsätzlich erstmal, und hätte man das nicht vielleicht besser machen können? Und warum hat niemand bemerkt, dass hier ein so großer Fehler gemacht wurde? Denn das Thema dieses Vortrags ist Diskriminierung. Und Diskriminierung hat viele Gesichter. Wenn man erstmal so drüber nachdenkt, was sind so Beispiele, die mir einfallen, wenn ich an Diskriminierung denke, dann ist sicher nicht das erste Software. Die meisten denken vielleicht an Alltagsrassismus oder Frauenfeindlichkeit im Alltag oder aber vielleicht diskriminierende Gesetze, wie es beispielsweise bis zur Rassentrennung in den USA und auch danach noch dort war oder beispielsweise Gesetze, die in Deutschland vorsehen, dass Frauen anders behandelt werden als Männer, beispielsweise, dass man bis nicht vor allzu langer Zeit in den meisten Ländern erstmal seinen Ehemann um Erlaubnis fragen musste, wenn man überhaupt arbeiten oder einen Führerschein machen will. Diskriminierung ist ein strukturelles Problem und setzt sich eben in allen möglichen Strukturen, die mit Menschen zu tun haben, fort, weil das teilweise fest in unseren Denkmustern verankert ist, leider Gottes. Und das führt dazu, dass wir das eben auch alle möglichen Strukturen übertragen. Und bevor ich jetzt zum Thema Software komme, möchte ich euch anhand eines Beispiels erklären, was ich mit Strukturen genau meine. Und was ich damit meine, wenn ich sage, dass eine Form von Diskriminierung durch eine Struktur manchmal auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Das, was ihr da seht, ist nicht der Winterkongress, sondern ein wunderschöner Strand in New York. Und zwar ist das die Jones Beach auf Long Island. Das ist ein Naherholungsgebiet, wie man unschwer erkennen kann. Und in den 1920er Jahren wurde dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier ein wunderschönes Naherholungsgebiet für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Und da gab es einen Stadtplaner, sein Name war Robert Moses und der hat sich was ganz Besonderes überlegt. Der hat sich nämlich überlegt, naja, wie kommen die Leute denn zu diesem Strand? Da müssen wir erst mal Straßen und Brücken bauen. Diese Straßen und Brücken wurden aber nicht irgendwie gebaut, sondern in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und zwar war es damals so, wenn man vom Highway runterfahren wollte, um zu diesem wunderschönen Strand zu kommen, da musste man unter ganz vielen Brücken durch. Und diese Brücken waren alle 2,80 Meter hoch. Klingt erst mal unverfänglich. Wer aber weiß, dass die öffentlichen Nahverkehrsmittel in New York, damals Busse, eine Höhe von 3,50 Meter hatten, wusste, dass diese Struktur eine ganz bestimmte Folge haben wird. Und zwar war es so, dass die weiße Mittelschicht in den Jahren darauf einfach so zum Strand fahren konnte. Die hatten nämlich meistens irgendwann dann so einen Pkw, so in den 60ern, 70ern. Aber die ärmere Bevölkerung, vor allem aus den schwarzen, eher schwarzen Vierteln, die konnten sich das nicht erlauben, nicht leisten, ein eigenes Auto früh zu haben zu dieser Zeit und die mussten mit dem Bus fahren und die Busse konnten diesen Strand damals aber einfach nicht so gut ansteuern. Was dazu geführt hat, dass es da so eine Art unsichtbare Diskriminierung, unsichtbare Segregation gab, die einen konnten zu diesem Naherholungsgebiet fahren und die anderen eben nicht. Das ist kein neues Beispiel. Das Beispiel habe ich aus diesem wunderbaren Buch, kann ich jedem, der sich für das Thema interessiert, nur empfehlen. Das heißt Hello World, ist geschrieben von Hannah Fry. Hannah Fry ist Mathematikprofessorin und die hat dieses Beispiel verwendet, um zu zeigen, naja, wir müssen uns ganz viele Gedanken über Strukturen machen, wenn wir über Diskriminierung reden. Und ein anderes Beispiel aus dem Bereich Diskriminierung in Technik, wo wir jetzt kommen, kennen viele von euch wahrscheinlich. Und zwar, ich weiß nicht, habt ihr schon mal vom rassistischen Seifenspender gehört? Bitte mal Hand hoch. Okay, das ist nicht mal ein Drittel. Deshalb zeige ich euch mal, was ein rassistischer Seifenspender eigentlich ist. So, wir sehen hier einen Seifenspender und jetzt macht jemand einen Versuch. Jetzt hält er mal ein weißes Blatt Papier hin, okay, spendet Seife. Aber mit dem schwarzen Papier funktioniert das nicht. Vielleicht war es ein Versehen, also nochmal ein Versuch. Okay, klappt. Klappt nicht. Woran liegt das? Naja, also der Hersteller von diesem Seifenspender und auch diversen anderen Seifenspendern im Übrigen und auch anderen Apparaturen, hat sich halt überlegt, wie können wir dieses Problem günstig lösen, wenn wir haben halt eine Situation, Anwendungsbeispiele, jemand hält halt die Hand runter und dann kommt halt Seife. Hat sich dann überlegt, so ja, machen wir das einfach mit Infrarot. Gut, läuft total super, da wurde dann aber etwas verbaut, was dann nicht so sensitiv für dunklere Hautfarben ist. Ja, was dann dazu geführt hat, dass einfach diese Dinger in ganz vielen, also weltweit verbaut worden sind und dann Menschen mit einer dunklen Hautfarbe regelmäßig das Gefühl hatten, so, hm, der Seifenspender ist kaputt. Und dann kommt der Nebenmann, der halt eine andere Hautfarbe hat, hält die Hand runter, so, zack, funktioniert. Und dieses Beispiel des rassistischen Seifenspenders hat vor einigen Jahren schon für ziemlichen Wirbel gesorgt. Da hat nämlich ein Mensch, der in der IT arbeitet, selbst eine dunklere Hautfarbe hat, hat das mal auf Video aufgenommen, das auf Twitter gepostet, hat einen wahren Shitstorm gegen das Unternehmen ausgelöst. War eine chinesische Firma, die dann gesagt hat, so, hoch, ja, das war jetzt gar nicht unsere Absicht gewesen. Das war ein Versehen. Was zeigt uns dieses Beispiel? Dieses Beispiel zeigt, dass bei Rassismus, also diskriminierender Technik, man nicht unbedingt auch voraussetzen muss, dass eine böse Absicht von dem Hersteller da ist. Ja, in diesem Fall war es einfach so, die hatten ein Entwicklerteam, da waren keine People of Color drin, dann hatten sie halt Tests gemacht, haben sie auch nicht dran gedacht. Ja, und dann war das Produkt dann marktreif und wurde überall verkauft und verbaut und dann war es halt eben zu spät. Ungeachtet dessen, ob es eine böse Absicht gibt oder nicht, sind die Folgen für die Betroffenen aber leider die gleichen, nämlich sehr unangenehme. Das ist aber nicht das einzige Beispiel dafür, wie Unachtsamkeit beim Einsatz von Technik zu Diskriminierung führen kann. Ein anderes Beispiel ist das Unternehmen Xerox. Kennen vielleicht viele von euch, war mal so der Marktführer für Kopierer. In Polen ist tatsächlich das Wort Xerox synonym mit Kopieren. Und die haben sich irgendwann überlegt, so ja, wir haben jetzt diese Bewerbungsverfahren und wir suchen den optimalen Bewerber. Und das Problem ist aber, dass man manchmal glaubt, den perfekten Menschen für eine Stelle gefunden zu haben. Und dann ist er kurz da und irgendwann wieder weg. Und dann hat man wieder den Aufwand, jemanden neuen zu finden. Und Studien haben herausgefunden, dass die Zufriedenheit am Arbeitsplatz unter anderem damit zusammenhängt, ob man pendeln muss oder nicht und wie lange der Arbeitsweg ist. Also je länger der Arbeitsweg, Pendler werden es wissen, desto ätzender ist es. Und desto höher ist der Anreiz, vielleicht doch ein anderes Unternehmen zu suchen. Wir haben also gesagt, wir machen so ein Punkteverfahren. Bei Bewerbungen gucken wir systematisch, wie weit wohnt der eigentlich vom Unternehmen entfernt. Klingt erstmal gerecht. Klingt erstmal objektiv. Das Problem ist aber, sie haben nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich für Menschen bedeutet, die sich das nicht leisten können, neben der Fancy-Uhr in der Nähe des Viertels der Fancy-Unternehmenszentrale zu wohnen, sondern ein bisschen außerhalb wohnen, in den ärmeren Regionen, die günstiger sind. Beispielsweise jemand, der auf dem zweiten Bildungsweg nochmal einen Abschluss macht oder frisch nach dem Studium, da hat man nicht die Kohle unbedingt in der Villengegend zu machen. Dieser Fehler wurde dann entdeckt und dann hat man schnell gesagt, okay, wir nehmen dieses Verfahren dann lieber doch nicht, sondern entscheiden uns dafür, diesen Punkt aus dem Bewerbungsverfahren rauszunehmen. In der Hinsicht muss man sagen, hat Xerox vorbildlich gehandelt. Sie haben den Fehler erkannt und beseitigt. Das Problem ist allerdings, dass in vielen anderen Bereichen von Bewerbungen mittlerweile automatisierte Systeme eingesetzt werden und dass den Bewerbern aber nicht immer klar ist, dass diese Systeme zum Einsatz kommen und wie diese Systeme zum Einsatz kommen. Also jemand, der beispielsweise eine Ablehnung aufgrund eines solchen Systems kassiert, wird ja in den seltensten Fällen informiert, so ja, sorry, du wohnst leider 500 Meter zu weit entfernt. Würden die meisten Unternehmen auch nicht machen. Es gibt tatsächlich mittlerweile ziemlich viele Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, unterstützende Software anzubieten, um den Bewerbungsprozess zu unterstützen. Ein Beispiel sind automatisierte Videoanalysen. Das heißt, man hat ein Bewerbungsgespräch, das führt man nicht mit einem menschlichen Rekruter oder vielleicht ist der auch da, aber eigentlich wird da Videomaterial erstellt, was dann automatisiert analysiert wird. Wie spricht jemand? Wie ist die Körpersprache? Was für einen Eindruck macht der? Ist der ordentlich gekleidet? Wie ist die Mimik? Wie sind die Reaktionszeiten? Hat der einen Spicker? Das sind alles so Möglichkeiten, was man dann automatisiert rauslesen kann. Das Problem ist allerdings, manchmal weiß ich ja gar nicht, dass so ein System mitläuft und wer sagt mir eigentlich, dass die Kriterien gut sind? Und wer sagt mir eigentlich, dass dieser Algorithmus nicht vielleicht auch einen bestimmten Dreh drin hat, dass ich vernachlässigt werde, diskriminiert wäre. Klassisches Beispiel. Stellt euch mal vor, jemand ist voll der gute Programmierer, aber der ist halt eben auch Autist. Das heißt, seine Körpersprache ist eine vollkommen andere. Wenn ich also ein automatisiertes System habe, was sich am Durchschnitt orientiert, wird dieser immer als ein bisschen komisch dargestellt werden. Das kann zum Problem werden. Es gibt auch noch viele andere Dienstleistungen für Unternehmen beim Bewerbungsprozess, die auch schon fast so einen esoterischen Charakter haben. Also wenn man sich mal den Markt in den USA anschaut, dann findet man unter anderem Dienstleister, die sagen, wir finden den perfekten Bewerber, indem wir screenen, was der sonst noch so online macht. Und dann hat unser super tolles Verfahren herausgefunden, dass Menschen, die zwei Social-Media-Accounts haben oder bei zwei unterschiedlichen Social-Media-Plattformen aktiv sind, dass sie besonders toll sind. Wer keinen Social-Media-Account hat oder nur einen oder drei, der ist nicht so gut wie der, der zwei hat. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich würde das erstmal für sehr fragwürdig halten. Aber solche Dienstleistungen gibt es. Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die sagen, sowas klingt total super, machen wir. Das sind halt Produkte, die verkauft werden müssen. Was das für Folgen hat für die Betroffenen, fragen da viele aber leider nicht. Und ein Hauptproblem, was ich bei so einem Einsatz insbesondere sehe als Betroffener, wenn ich abgelehnt werde, ich habe kaum Möglichkeiten, mich zu wehren, wenn ich nicht weiß, dass solche Systeme eingesetzt werden. Weil wenn das eine strukturelle Diskriminierung ist, die in diesem System verbaut ist, wie soll ich das denn nachweisen, wenn ich nicht mal weiß, dass so etwas eingesetzt wird? Ein Beispiel, was in den Medien ziemlich rumgegangen ist, ist das der Mysogynen-Bewerbungs-KI von Amazon. Was bedeutet Mysogyne? Ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, um einmal ein Fremdwort beizubringen. Mysogyne bedeutet Frauenfeindlich. Also Menschen, die eher so die Frauenhasser sind. Und diese Software, also es ging halt auch ziemlich durch die Medien. Amazon hat sich gedacht, wir wollen jetzt auch so das Bewerbungsverfahren möglichst objektiv machen, möglichst den besten Bewerber oder die beste Bewerberin finden. Und hat dann eine künstliche Intelligenz gehabt, die halt mit Daten gefüttert. Und die sollte dann eine gute Entscheidung treffen. Also wir wissen ja alle, Menschen diskriminieren, also geben wir das der Maschine. Die macht es sicher besser. Die Maschine hat sich den Datensatz der Bewerber angesehen und festgestellt, die Mehrheit der Leute, die sich auf diese Tech-Jobs bewerben, sind Männer. Die Mehrheit der Menschen sind Männer. Es gibt ein paar Frauen. Aber die KI hat dann daraus geschlossen, dass Männer grundsätzlich eher an dem Thema Technik interessiert sind. Und dementsprechend wären sie wahrscheinlich auch die Besseren für den Job. Und hat dann irgendwann angefangen, Frauen systematisch zu benachteiligen. Und als Amazon das gemerkt hat, haben sie halt auch gesagt, wow, 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 das wollten wir jetzt nicht. Wir beenden das jetzt, liebe KI. Das Problem an insbesondere dem Einsatz von künstlicher Intelligenz ist, ist, dass es noch schwieriger ist, Diskriminierung nachzuweisen oder festzustellen und darauf aufmerksam zu werden, als bei klassischen anderen Systemen. Bei einer KI ist es so, ich werde die mit Trainingsdaten füttern. Und da fängt das Problem ja schon mal an. Was sind die Trainingsdaten? Man stellt sich mal ein anderes Anwendungsbeispiel vor. Ich habe beispielsweise ein Unternehmen, wo jetzt in der Vergangenheit Entscheidungen über Bewerber getroffen wurden. Und dann sage ich der KI so, hier, guck mal, wir haben in der Vergangenheit immer sehr gut entschieden, orientier dich an den vergangenen Daten. Dann wird die KI hingehen und das analysieren und vielleicht ein Muster finden. Und dieses Muster lautet da, bei gleicher Qualifikation nehmen wir lieber den Mann. Kann ja sein. Und wird dann daraus eine Regel machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das findet, ist halt, also ja, wenn man darauf achten würde, kann man das finden, aber die Frage ist, achtet man darauf? Ist man sensibel für das Thema? In vielen Fällen würde ich das erst einmal bezweifeln. Aber nicht nur im Unternehmensbereich findet man Diskriminierung durch Technik, sondern auch bei Behörden. Ein weiteres prominentes Beispiel ist der Arbeitsmarktservice Österreich. Da geht es darum, Menschen, die einen Job suchen, Unterstützung anzubieten. Und AMS hat gesagt, ja, also wir haben begrenzte Kapazitäten, begrenzte Ressourcen, begrenzte Anzahl von Mitarbeitern und Finanzen. Wir wollen das möglichst effizient einsetzen. Und zu diesem Zweck werden wir alle Menschen, denen wir potenziell Hilfe zukommen lassen können, die werden wir in drei Gruppen einteilen. Gruppe 1, schwer vermittelbar, wahrscheinlich langzeitarbeitslos. Da wollen wir jetzt nicht so viele Ressourcen draufwerfen, weil es relativ hoffnungslos ist, mal zugespitzt gesagt. Gruppe 2, ja, sucht einen Job, noch nicht so lange, ist eigentlich, also ist jetzt nicht überqualifiziert, aber ist ganz okay. Das sind die Menschen, bei denen wir die meisten Ressourcen reinstecken wollen, weil da kann Hilfe den Unterschied machen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die Top-Qualifizierten, wo man weiß, ey, die finden eh nächste Woche einen Job, da brauchen wir gar nichts zu machen, wo man sagt, okay, an dieser Stelle wollen wir eher weniger machen. Und in Österreich hat man dann gesagt, so gut, Menschen haben halt einen gewissen Bias, die diskriminieren, machen wir das halt auch wieder durch Technik. Und dann ist da halt ein Anbieter hingegangen, hat ein System gebaut und hat gesagt, das ist halt rein objektiv, das orientiert sich nämlich an statistischen Daten aus der Vergangenheit. Was das bedeutet, was für Probleme dadurch entstehen, hat die Journalistin Barbara Wimmer bei FutureZoneAd mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie hat sich nämlich angeguckt, was das für ganz bestimmte Gruppen von Nutzerinnen bedeutet. Zitat. Unterschiede gibt es aber zwischen Frau und Mann. Frauen werden vom Algorithmus generell, unabhängig von Job und Ausbildung, weniger Chancen am Arbeitsmarkt zugerechnet als Männern. Müssen sie zudem Kinder betreuen, wird das vom Computer ebenfalls negativ bewertet, während es bei Männern keinen Unterschied macht. Wer über 50 ist, bekommt zudem noch weitere Abzüge und die Arbeitsmarktchancen sinken. Klartext, was bedeutet das? Dieses objektive System hat sich angeschaut, wie ist denn die Statistik, hat festgestellt, es gab in der Vergangenheit viele Frauen, die vielleicht gesagt haben, aufgrund von Kindern werde ich entweder nur eine Teilzeitstelle annehmen, oder ich werde gar nicht arbeiten. Und hat dann gesagt, okay, das ist anscheinend in der Vergangenheit so gewesen, dann wird das sicher in der Zukunft sein, dann müssen wir halt eben unsere Ressourcen daran orientieren. Dieses Beispiel zeigt vor allem eins. Also oft wird ja Technik als zukunftsweisen innovativ, neu verkauft, aber eigentlich ist ein System, was Regeln für die Zukunft anhand von Daten der Vergangenheit baut, stockkonservativ. Da werden Entscheidungspfade aus der Vergangenheit genommen und einfach für die Zukunft übertragen, obwohl man ja sagen muss, naja, also gerade in Bezug auf Kinderbetreuung, oder vielleicht Arbeitsaufteilung zwischen Mann und Frau, hat sich ja unglaublich viel getan, allein in den letzten fünf oder zehn Jahren, ja durch MeToo. Und da muss man sagen, ja, ist das klug, grundsätzlich in einigen Bereichen, gerade wo wir viel gesellschaftliche Veränderungen zu haben, einfach fraglos die Daten aus der Vergangenheit zu nehmen und daraus Regeln zu bauen. Würde ich erstmal hinterfragen. Interessanterweise gab es ein ähnliches System auch in Polen, das war tatsächlich auch so im Testbetrieb. Die wollten da halt eben auch so Vermittlungen von Arbeitssuchenden mitmachen und da hat die Fundacja Panoptikon, das ist eine polnische NGO, die sich so im Bereich Bürgerrechte Datenschutz einsetzt, gesagt, so nee, das finden wir jetzt ein bisschen fishy, was ihr hier macht, wir haben uns das mal angeschaut und da gab es eben eine Klage. Und diese Klage wurde interessanterweise gewonnen. Das Gericht hat nämlich gesagt, so ja, wir haben uns diesen Algorithmus angeguckt, weil dieses System, was jetzt hier Entscheidungen treffen soll und in Polen war es so, dass es anhand eines Forderungsfragenkatalogs gemacht wurde. Das heißt, die Menschen, die Arbeit suchen, die haben halt so einen Fragekatalog gekriegt und wie das so ist, meistens, wenn man von der Behörde was kommt, die meisten Leute füllen das dann einfach aus und viele wussten eben nicht, was für Konsequenzen das haben kann, und dass die eine Antwort auf die eine Frage dazu führen kann, dass sie vielleicht weniger wahrscheinlich irgendwie Zuschüsse für Fortbildungen bekommen. Darüber hinaus entstand das Problem, naja, wenn ich einmal diesen Fragebogen gemacht habe, gibt es eine Möglichkeit, irgendwas zu korrigieren? Nee, gab es nicht. Dann hat das Gericht gesagt, so lieber Staat, besser mal nach, dann können wir nochmal drüber reden, du hast zwölf Monate Zeit, hat der Staat nicht gemacht und dementsprechend wurde das Ganze eingestammt. Und ein interessanter Aspekt an dem polnischen System ist vor allem, in Österreich wird argumentiert, naja, das System ist halt nicht verpflichtend, sondern es gibt nur Empfehlungen. Es steht jedem Mitarbeiter frei, das anzunehmen oder nicht. So wurde am Anfang argumentiert. In Polen hat man sich dann so von diesem Testeinsatz mal angeguckt, wie viele Sachbearbeiter eigentlich von der Empfehlung abgewichen sind. Und das waren sehr wenige. Also die meisten haben dann schon gedacht, gut, ich mache das genauso, wie die Software vorschlägt, weil die wird es schon wissen, die ist ja schon objektiv. Und menschlich kann man das auch irgendwo verstehen, das sind schwere Entscheidungen über die Zukunft eines Menschen und es ist total bequem, diese Verantwortung einfach an ein System zu übertragen. Gerade wenn man vielleicht angenehme oder unangenehme Entscheidungen treffen muss. Also wir fassen zusammen. Gerade im staatlichen Bereich hat man so dieses Bestreben, wir wollen die Welt besser machen und nutzen dadurch ein objektives System. Besonders fatal wird das im Bereich der Justiz. Ja, also gerade im Bereich der Justiz gab es ziemlich viele Studien in den letzten Jahrzehnten, die sich wirklich im Detail angeschaut haben, treffen Richter eigentlich gerechte Entscheidungen und die sind zu sehr gemischten Ergebnissen gekommen. Ja, also jeder Richter hat ja so einen gewissen Spielraum. Wenn er einen Fall hat, man kann halt sagen, so gut der Angeklagte, der hat eine positive Entwicklungsoption, oder der wird sich bestimmt bessern und dann mache ich die Strafe eher so ein bisschen geringer oder setze sie zur Bewährung aus oder ich glaube, das ist ein Wiederholungstäter und sagt dann eben so, okay, jetzt muss hier auch mal harte Hand gezeigt werden. Und Studien haben sich angeguckt, wie treffen Richter eigentlich Entscheidungen, sind dann zum Ergebnis gekommen, so naja, wenn kurz vor der Mittagspause, kurz vor der Mittagspause das Gericht tagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis nicht ganz so gut ist, halt eher höher. Man ist genervt, man ist hungrig. Es gab eine Studie, die Richtern ihre eigenen Fälle vorgelegt hat, die sie selbst entschieden haben, die haben das so ein bisschen verfremdet, die Namen verändert, das mit ganz vielen anderen Fällen gemischt und wollten gucken, wird der Richter oder die Richterin eigentlich beim nächsten Mal genauso entscheiden wie damals. Wenig überraschend ist rausgekommen, dass die Urteile ganz anders waren. Kann also unterschiedliche Gründe haben, vielleicht auch die Tagesform. Ja, und beim Geschlecht des Angeklagten kommt es manchmal darauf an, hat der Richter Kinder mit demselben Geschlecht? Weil man sich dann vielleicht eher näher fühlt, weiß ich nicht. Also das sind alles Faktoren, die Einfluss haben, also diese Vorstellung davon, dass Richter oder Richterinnen immer gerecht entscheiden, ist halt totaler Bullshit, muss man sagen. Also ist man zu dem Ergebnis gekommen, wir wollen dieses Problem irgendwie lösen. Was liegt näher, als dann da einfach Technik drauf zu ballern? In den USA gibt es mittlerweile in vielen Bundesstaaten Systeme, die Empfehlungen dafür abgeben, wie das Strafmaß aussehen soll. Da können sich die Richter dann so ein bisschen orientieren, wenn sie gerade hungrig sind von der Mittagspause, können sie ja vielleicht stattdessen auf die Software hören. und hat man sich total gut vorgestellt. Und eines dieser Systeme hat sich mal die Plattform ProPublica genauer angeschaut und darüber einen sehr kritischen Bericht veröffentlicht. Also da gibt es so dieses System, wir haben einen Beschuldigten oder eine Beschuldigte und das empfiehlt dann so eher hartes Strafmaß oder eher nicht so hartes. Also ist die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholungstat eher hoch oder gering. Und ProPublica hat sich ganz viele Fälle angeschaut und interessanterweise festgestellt, hoch, die Menschen mit einer dunklen Hautfarbe haben systematisch eine schlechtere Prognose. Und das sind jetzt so zwei Fälle, die sie mal gegenübergestellt haben. Also beide Beschuldigte haben Gegenstände im Wert von 80 US-Dollar geklaut. Die Frau hat ein Kinderfahrrad geklaut, also gelegenheitslieb kann man sagen, das stand da unabgeschlossen und dann wurde sie erwischt. Der Mann hat Gegenstände in einem Laden geklaut, im Gegenwert von 80 US-Dollar. So, jetzt hat die Software rausgeschmissen, dass die Frau ein hohes Risiko einer Wiederholungstat hat. Eine Acht hat sie bekommen, das ist eine ziemlich hohe Punktzahl und der Mann hat eine Drei bekommen. Jetzt ist es interessant zu wissen, was der Hintergrund dieser beiden Personen ist. Also die Frau hatte vorher so ein paar Jugenddelikte als Minderjähriger, aber alles nicht so schlimme Sachen. Und wie gesagt, sie war dann noch jünger. Der Mann hatte bewaffnet einen Raubüberfall. Ja, also die Software hat dann so diese Empfehlungen abgegeben und ProPublica hat sich dann natürlich auch bei den ganzen untersuchten Fällen angeschaut, wie ist es denn weitergegangen. Also wenig überraschend hat der Typ mit dem bewaffneten Raubüberfall dann wenig später halt so einen richtigen Bruch gemacht und dann halt so im vierstelligen Bereich eher Sachen entwendet und die Frau, ja, war eine unbescholtene Bürgerin danach. Und jetzt fragt man sich, also die haben halt wirklich viele Fälle untersucht und festgestellt, so okay, die Menschen mit dunkler Hautfarbe kommen da ziemlich systematisch schlecht dabei weg, woran kann das liegen? Und haben eben gesagt, so ja, dieser Algorithmus scheint rassistisch zu sein. Und der Hersteller ist dann total empört gewesen, meinte so, nee, das kann gar nicht sein, wir haben einen Fragebogen von 137 Fragen, da wird die Rasse gar nicht abgefragt, woher die Hautfarbe. Also kann das nicht rassistisch sein? ProPublica hat sich diesen Fragebogen mal angeschaut, also entweder müssen es die Beschuldigten ausfüllen, oder aber das wird dann so anhand der Biografie, die man so vorliegen hat, wird es ausgefüllt. Und da waren dann aber so Fragen wie beispielsweise, waren die Eltern jemals im Knast gewesen? Gibt es halt viele Freunde, die Drogen konsumieren? Und da muss man sagen, das sind halt teilweise Sachen, die mit sozialen Faktoren zusammenhängen. Also wenn ein Mensch beispielsweise in einer Gegend mit hoher Kriminalität aufwächst, was meistens eher nicht so die reichen Gegenden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die schiefe Waren gerät, eher höher. Wenn die Eltern niedrigen Bildungsabschluss haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder halt irgendwie eine Empfehlung für eine gute Schule bekommen, oder allein das Finanzielle haben, um zu studieren, gerade in den USA, ist geringer. Und damit kommt man in ganz andere unterschiedliche soziale Schichten, die halt alle unterschiedliche Konsequenzen haben. Und dann gibt es noch den Punkt in den USA gerade, Racial Profiling. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du als Mensch mit dunkler Hautfarbe, auch hierzulande mal öfter kontrolliert wirst, am Bahnhof ist einfach größer. Dann ist es wahrscheinlicher, dass du mal mit irgendwas dann auch erwischt wirst. Das heißt, obwohl man halt das Primärmerkmal, das halt so diskriminierend ist, da halt nicht abgefragt hat, war das Ding hochgradig diskriminierend. Und das Problem an der Geschichte war halt auch, dass das Unternehmen dann gesagt hat, naja, also die genaue Gewichtung, wie diese Magie der Risikobewertung funktioniert, die können wir jetzt auch nicht offenlegen, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist hochproblematisch, denn Gesetze kann ich nachlesen, aber eigentlich entscheidet ja hier viel mehr der Algorithmus als das Gesetz, wenn der Richter sich hauptsächlich daran hält. Und dann wäre es schon interessant, das zu kennen. Ein anderer Polizeibereich ist mindestens genauso schwierig, und zwar das Beispiel Predictive Policing. Also es ist halt so diese Magie von, ich werde präventiv erkennen, wer hier in diesem Raum demnächst sich strafbar machen wird. Also man versucht anhand der Vergangenheit Risikogruppen zu bilden, um dann beispielsweise zu sagen, wir machen eine Gefährdeansprache. Hat sich die Stadt Chicago gedacht, die haben sich überlegt, wir haben jetzt Faktoren und einen super objektiven Algorithmus, der wird uns sagen, was sind die zukünftigen Gefährder, und dann schicken wir da so Polizisten, Sozialarbeiter hin, und die werden mit denen reden, und dann werden die sich das anders überlegen. Funktioniert voll gut. Ja, und dann hat man sich mal angeschaut, was sind denn eigentlich die Kriterien, nach denen diese Risikogruppen ausgewählt werden. Und ein Kriterium war halt, naja, war derjenige oder diejenige anwesend, wenn ein anderer Mensch verhaftet wurde. Das bedeutet, wenn ich halt in dem falschen Viertel lebe, genau dasselbe Problem wie eben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn ich auf der Risikogruppe stehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wenn ich doch mal was mache, auch erwischt werde, weil die Polizei mich eh schon im Blick hat. Das heißt, es ist auch irgendwo in der Art eine self-fulfilling prophecy, kann man auch sagen. Und das Ganze hat in Chicago jahrelang zu großartigen Diskussionen geführt, und ja, im Januar hat man sich dann entschieden, so ja, wir schaffen das ab, das ist auch Quatsch. Zum Glück. Allerdings gibt es auch Diskriminierung in Bereichen, wo man sich denkt, okay, das müsste jetzt eigentlich auch so ein dystopischer Sci-Fi-Roman sein. Also gerade der Blick nach China lohnt sich in der Hinsicht ja wirklich. In China gab es eine Schule, die hat gesagt, wir werden Gesichtserkennung nutzen, und zwar haben wir ein total cleveres System, das schaut sich die Schüler an, und dann wird erfasst, wer gelangweilt guckt, so. Und dann kriegt der Lehrer, kriegt dann so Feedback, so, ja, folgende Schüler, die gucken immer interessiert, folgende Schüler schlafen, folgende Schüler sind so, und das soll dann für die Note, oder kann für die Note mit herangezogen werden. Das heißt, hier wird Gesichtserkennung genutzt mit der vollkommen irren Annahme, dass das äußere Erscheinungsbild in irgendeiner Weise etwas darüber sagt, wie es in einem Menschen drinnen aussieht. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, wow, wow, wow. Zum Glück gab es das zu meiner Schulzeit nicht, weil zu mir ist tatsächlich irgendwann eine Lehrerin angekommen und meinte so, ja, Katharina, ich habe deine mündliche Note jetzt mal hochgesetzt. Ich so, ja, okay, warum? Ja, ich habe, du hast immer so desinteressiert geguckt, ich habe das immer persönlich genommen, aber dann habe ich im Lehrerzimmer mit den anderen Lehrern gesprochen, und die haben gesagt, du guckst immer so. Das ist kein Witz, das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Ich habe mich gelangweilt, ja, ich habe mich gelangweilt, und ich habe halt einfach desinteressiert geguckt, das ändert aber nichts an meiner Leistung, ja. Und man muss sich auch mal überlegen, also Schüler haben ja zig andere Probleme, von der Trennung der Eltern bis zu Liebeskummer über, was weiß ich, Krankheit. Was bringt man den Schülern bei? Man bringt den Schülern nicht bei, aufmerksam zu sein, man macht den Unterricht nicht besser, man bringt den Schülern bei, guck doch, lach doch mal. Kennt jede Frau, lach doch mal. Total nett. Bringt einem sicher was fürs Leben. Nee, ich glaube, das sind nicht die Werte, die man Kindern vermitteln sollte, ganz ehrlich. Das Problem ist, dass wir mittlerweile eine Form von Diskriminierung haben, die sich sehr stark von dem unterscheidet, was wir bis jetzt haben, beziehungsweise das nochmal auf ein anderes Level bringt und auch in Bereiche vordringt und also wirklich Formen annimmt, wo wir, die einfach nur noch absurd sind. Ja, also das ist Anfang des Jahres so durchs Netz gegeistert, das war eine Meldung, wo es hieß, Airbnb hat ein Software-Patent für ein Produkt, was darauf ausgerichtet ist, die Online-Aktivitäten, oder was vorschlägt, man könnte ja die, da wird dargelegt, wie man die Online-Aktivitäten von Nutzern analysiert und daraus messen kann, ob jemand halt eher negative psychische Veranlagungen hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das Online-Medium hat es halt ausgedrückt, also die haben ein Patent, das sagen kann, ob du ein Psychopath bist oder nicht. Hintergrund ist das Airbnb, ein Grund, warum Airbnb so etwas vielleicht ganz sinnvoll finden könnte, ist die Tatsache, dass es ja tatsächlich Beschwerden gibt von Airbnb-Nutzern, die halt irgendwie angegriffen wurden von ihren Hosts. Gerade als Frau ist das manchmal nicht so ganz unproblematisch und Airbnb könnte das natürlich durch eine Software lösen. Ja, und eines von den Unternehmen, was sie aufgekauft haben, hat halt eben dieses Patent. Und dann gab es im Netz viel Diskussion von, das reichte von bis, wow, krass, so weit ist die Technik, die können also ermitteln, wer ein Psychopath ist, das ist ja richtig krass. Friederike Kaltheuner hat bei Privacy International gearbeitet, hat ein Fellowship von der Mozilla Foundation und die hat halt was ganz Interessantes dazu geschrieben. Also hat jemand so getwittert, so ja, hier können die wirklich vorhersagen, wer ein Psychopath ist. Und dann hat Friederike Kaltheuner geschrieben, die mir so, nee, das kann die Software wahrscheinlich nicht. Also die Software macht aber was anderes. Die scort erstmal alle Nutzer von Airbnb, ob die ein Psychopath sind oder nicht, auf einer Psychopathenskala. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ein Unternehmen, was mich auf einer Psychopathenskala erstmal einordnet, ist mir nicht ganz so sympathisch. Fun Fact am Rande, es gibt Studien zum Thema Verteilung von Anteilen von Menschen mit psychopathischen Charaktereigenschaften in der Gesamtbevölkerung. Die haben festgestellt, gerade im Top-Management gibt es besonders viele. Kein Witz. Ja, und ich habe mit Friederike Kaltheuner gesprochen, sie meinte, das Grundproblem ist, man muss sich ja auch die Frage stellen, erstmal, stimmt das überhaupt, was sie sagen? Also stell dir mal vor, du bist als Psychopath eingeordnet, du bist aber gar keiner. Was sind die Kriterien? Keine Ahnung, wie kommst du da raus? Keine Ahnung. Gibt es irgendwann andere Unternehmen, die dann auch sagen, ja, also ob du einen Kredit kriegst, hängt dann davon ab, wie viele Ausrufezeichen du letzte Woche auf Social Media gemacht hast. Es ist halt eine Form von Esoterik, die ich selbst hochgradig schwierig finde. Das sind halt alles Schubladen. Also Schubladen, in die Menschen gesteckt werden, wo man immer davon ausgehen muss, wenn es Schubladen gibt, dann wird es Leute geben, die da rausfallen. Und ganz davon abgesehen, muss man sich ja fragen, wie legitim es überhaupt diese Schubladen gibt. Also wollen wir x-beliebigen Privatkonzernen, bei denen wir uns eine Wohnung mieten, hallo, erlauben, halt irgendwie uns zu behandeln, als wären die unser Psychologe oder was. Anhand von Hokus-Pokus-Kriterien. Das führt dazu, dass wir halt eine Ökonomisierung auch von privaten Lebensbereichen haben, die mehr als obszön ist. Also wenn wir davon ausgehen müssen, dass solche Systeme legal werden und eingesetzt werden, dann überlegt man sich dreimal, wie viele Ausrufezeichen man auf Social Media setzt und was man vielleicht fett schreibt oder nicht oder ob man überhaupt noch irgendwas schreibt. Andererseits, wenn man keinen Account hat, dann ist man auch wieder verdächtig. Klingt lustig, ist es aber nicht. Also Friederike Kalthonner forscht unter anderem zum Thema, wie wird so etwas in Entwicklungsländern eingesetzt. Und da ist es in einigen Ländern so, dass gesagt wird, naja, du willst einen Kredit haben, das ist schön und gut, du hast nicht mal ein Bankkonto, aber hier unterschreib mal dieses Kleingedruckte und erlaube uns, deine Social Media Daten komplett zu analysieren und auch deine sonstigen Daten, alles, was wir über dich finden und dann werden wir sagen, ob du kreditwürdig bist oder nicht. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, einen Kredit zu bekommen, dann machen Leute das. Dann finden Leute das auch gar nicht so schlecht. Die Frage ist das, was macht das mit unserer Gesellschaft? So, nach diesen Beispielen fragt man sich ja, oder weiß man, wir müssen etwas tun, aber was macht man da? Da ich schon die Zeit überziehe, ganz kurz, eine Standardantwort bei Diskriminierung durch Technik ist, ja, dann macht doch das Team diverser. Klingt total gut, dann haben wir Frauen, People of Color, Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten da, die halt vielleicht nicht so binär denken und dann sagen, okay, so wie ihr das baut, das ist Müll. Klar, kann man machen, aber es bedeutet auch, dass ihr ziemlich viel Druck auf diese Leute aufbaut. Und diese Leute sind meistens immer die Minderheit im Team, das heißt, es ist sehr schön, wenn diese Leute da sind und halt sagen, hey, das ändert mal, aber ihr könnt nicht diese Verantwortung nur auf diese Menschen delegieren. Das funktioniert nicht. Wenn ihr im Tech-Bereich arbeitet, dann müsst ihr gucken, dass ihr selbst Teil der Lösung seid und nicht Teil des Problems. Das heißt, versucht mal eine andere Perspektive einzunehmen. Versucht systematisch, wenn ihr Systeme testet oder halt überlegt, ist es überhaupt gut, hier Technik anzuwenden, nicht nur von euch aus zu gehen, sondern auch von anderen Gruppen. Und möglichst von Gruppen, die nicht so ein starkes Standing in der Gesellschaft haben. Weil für diese Leute ist es besonders schwierig, sich vor Diskriminierung zu schützen und sich dagegen zu wehren. Und achtet darauf, dass transparente Strukturen da sind, damit, wenn Diskriminierung stattfindet, das auch belegbar ist, dass Leute sich wehren können und ihr selbst auch identifizieren könnt, wo ist das Problem. Ich glaube auch, wir brauchen staatliche Kontrollen. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Bereichen einfach auch Behörden brauchen, die fit genug sind, um draufzuschauen, ist das problematisch oder nicht, wenn es Beschwerden gibt. Einfach damit man eine unabhängige Instanz hat und man nicht darauf vertrauen muss, dass das Unternehmen mit dem Geschäftsgeheimnis sagt, nee, das ist nicht rassistisch, das ist nicht in unserem Fragenkatalog. Last but not least ist aber, glaube ich, so die wichtigste Lehre, die man mitnehmen kann, wenn man sich diese ganzen Beispiele anschaut. Technik ist nicht immer Teil der Lösung, sondern manchmal und sogar ziemlich oft Teil des Problems. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen sollten wir uns ganz genau überlegen, wollen wir überhaupt Algorithmen einsetzen? Ist das eine gute Idee oder ist das nicht von Grund auf falsch? Will ich, dass meine Schüler lachen, weil sie unglücklich sind oder will ich, dass sie einen guten Unterricht haben? Was ist das Ziel? Was ist das Problem? Und dann kann ich mir überlegen, wie ich das löse. Vielen Dank. Vielen Dank, Katharina. Entschuldigung fürs Überziehen. Ich habe jetzt die Gesichter nicht analysiert. Wenn ihr alle schon zu ausgehungert seid, um noch Fragen zu stellen, dann dürft ihr euch jetzt in die Pause begeben. Ansonsten würde ich noch die Gelegenheit geben, eine oder zwei Fragen zu stellen. Wenn es Fragen gibt, es läuft wie immer, stellt euch ans Mikrofon und dann können wir die Fragen beantworten. Bitte schön. Vielen Dank für dieses tolle Referat. Ich habe gleich zwei Fragen, wenn ich darf. Die erste ist die Argumentation des einseitigen Trainingsdatensatzes. Wie siehst du das beim Thema Gesichtserkennung im öffentlichen Raum? Weil da wird ja gleich argumentiert, ja, die Gesichtserkennung, also Clearview zum Beispiel, ist nicht genügend präzise, hat dunkelhäutige Menschen nicht richtig identifiziert. Die wurden dann gleich festgenommen, wieder freigelassen. Also trainieren wir dann diese App gleich besser und dann, also dann, ich finde, so diese Argumentation führt ja in diesem Thema ein bisschen zu einer Sackgasse, als wenn wir per se über Gesichtserkennung diskutieren. Oder wie siehst du das? Ja, also habe ich aus Zeitgründen tatsächlich noch weggespart, wegrationalisiert. Nee, also das wollte ich auch nochmal ansprechen. Es gibt tatsächlich diese Studien, die eines eindeutig belegen, also wenn der Testdatensatz wenig Menschen mit nicht weißer Hautfarbe beinhaltet, bedeutet das, dass Gesichtserkennungssysteme da weniger exakt sind oder beispielsweise bei Frauen, weil der Trainingsdatensatz von meistens weniger Frauen beinhaltet. Und ich finde klar, man kann halt momentan noch viel argumentieren, gerade bei Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, so das ist nicht exakt, es gibt so viele Fehlalarme und das ist auch der Fall, ja, aber ich glaube, das ist nicht das zentrale Argument gegen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder in vielen Bereichen, weil irgendwann werden diese Systeme ziemlich gut funktionieren. Irgendwann wird es wenig Fehler geben. Die Frage ist aber, wollen wir grundsätzlich eine flächendeckende Überwachung, also wollen wir ein Kennzeichen an der Stirn tragen? Das ist es ja eigentlich, was dann passiert. Und ich finde, das ist halt so ein klassisches Beispiel für Technik ist nicht immer Teil der Lösung, sondern manchmal Teil des Problems. Also da würde ich sagen, also gar kein Technikeinsatz in diesem Bereich, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, will man nicht, weil man wollte ja vorher auch nicht, dass die Leute sich ihren Namen auf der Stirn tätowieren. Oder eine Nummer, damit zumindest der Beamte weiß, auf Entfernung, wer ich bin. Ja, also von daher, vielen Dank für die Frage. Dann kann ich das noch ergänzen. Ja, vielen Dank auch. Und noch meine zweite Frage wäre, im Bereich jetzt Scoring. Also du machst ja oft sehr Datenschutzauskunftbegehren, bei Amazon ist das ja eine lange Geschichte. Würdest du uns raten, also beziehungsweise in der Schweiz, ja, haben wir die Möglichkeit, noch nicht mit unserem Datenschutzgesetz, aber in Europa kann man ja Datenschutzauskunftsbegehren einfordern bei den Unternehmen. Kann man jetzt genau so einen Psychopathenscore bei Airbnb, kann man den jetzt einfordern? Also würdest du jetzt bei Airbnb nachfragen und sagen, ich möchte jetzt nicht nur die Daten, die über mich verarbeitet hat, sondern auch das Profiling und das Scoring, was ihr damit gemacht habt. Geht das? Ja, also das habe ich vielleicht unklar ausgedrückt. Es ist nur ein Patent. Also es wird nicht eingesetzt. Und man sagt halt auch nicht so, man möchte das jetzt einsetzen, sondern viele Unternehmen haben strategisch ganz viele Patente für alles Mögliche. Und dann kaufen sie noch Tochterunternehmen oder andere Unternehmen auf, die auch Patente für alles Mögliche haben. Es ist eher ein Investment. Es ist fraglich, wie viel davon eingesetzt wird. Aber es besteht die theoretische Möglichkeit das. Und also ich habe ja ganz viele Daten unter anderem bei Amazon angefragt. Und dann habe ich natürlich auch immer gefragt, in was für Kategorien bin ich? Und da blocken die Unternehmen systematisch ab und sagen so, nee, das ist Geschäftsgeheimnis. Oder so der neueste Trend ist zu sagen, naja, wir haben das gar nicht mit ihrem Profil verknüpft. Das wird on the fly gemacht. So, ist mega Ausrede. Und eigentlich glaube ich, dass da mal ein paar Klagen geführt werden müssten, die sich über mehrere Jahre erstrecken und ziemlich viel Geld kosten werden, um das klarzustellen, dass das mit rausgerückt wird. Aber momentan macht das kaum ein Unternehmen. Und das ist eben Teil des Problems. Also du kennst deinen Rohdatensatz, den kannst du abfragen mit ganz viel Nerven, ganz viel Zeit und ganz viel Glück. Kriegst du den dann, aber was daraus gemacht wird, siehst du nicht. Also bei Amazon war es so, dass ich 15.365 Klicks die letzten 14 Monate bekommen habe mit bis zu 50 Angaben pro Klick. Und das Interessante wäre aber nicht zu wissen, was habe ich gemacht, das weiß ich ja, sondern was haben die anderen 100 Millionen Nutzer gemacht. Und weil man kann ja anhand dessen Muster finden. Beispielsweise Leute mit meinem Profil kaufen die sich nächstes Jahr einen Scheidungsratgeber in 90 Prozent der Fälle. Kann ja sein, würde ich gerne wissen. So etwas sagt mir Amazon aber nicht. Vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Vortrag für heute. Noch einmal einen herzlichen Applaus für Katja. Applaus Applaus – Vielen Dank.